Hallo und ganz herzlich willkommen bei einem weiteren Video von mir. Mein Name ist Crazy und es freut mich sehr, dass ihr auf ein Video von mir gestoßen seid. So, meine Freundin hat sich in den letzten Tagen Tom Brady dazugelegt und jetzt wollen wir schauen, wie sie sich bei dem Spiel macht und wie viel Spaß es ihr macht. Es sind also auch unsere ersten Eindrücke von dem Spiel und die wollen wir natürlich mit euch teilen. Also schreibt fleißig in die Kommentare, wie ihr es fandet, wie ihr uns fandet, wie ihr das Spiel fandet, was ihr lustig fandet, was auch immer. Schreibt es mir unten in die Kommentare, dass wir ein kleines Feedback haben und ja, dann viel Spaß beim Gucken. Was ist das? Ja, wir machen einen Casting. Was ist das? Oh, die ist? Ja. Das ist ein Mieser. Wieso dies? Hä? Wie soll ich? 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 Nein. So, wie soll ich mich aber? Ja. Super. Super. Hey. So, dann kann ich kein Preiss verheißen mit dem Bodee. Hier musst du nicht rumkommen. Und jetzt? Jetzt kannst du dort auf weiter. Ah nein, zurück! Auf neues Spiel. Erst tun sie einen neuen Specht. Genau. Hast du Schwierigkeiten zu wählen? Ja. Ein berühmter Forscher hat einmal gesagt, was wir tun ist besonders, nicht was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen. Abenteuer nachjagen. Aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. Das ist gut. Halleluja. Halleluja. In unseren dunkelsten Stunden... Hilfe! Hilfe! Wenn das Leben an uns vorüber zieht... ...finden wir etwas. Etwas, das uns antreibt. Was ist das? Du hast uns weitermachen lassen. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ahhhhhhh! Ah! Ahhhh! Nell! Look at still! Wird's besser, Roketto? So was passiert, Roketto? Hilf uns hier mal! Lona! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Das war ein langes Intro! Ich bin hier! Mh! Njam Njam Njam! Ein Würstchen im Teig! Bingen! Bewegen Sie links rechts synchron mit dem Schwung! Wundkraft aufzubauen! Was? Links rechts! Synchron mit dem Schwung! Nein! Wursch! Mit W-A-S-T! Wie normal! Wie normal! Hilfe! Genau! Und über! Und über! W-A-S-T! 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 Ja, wo wir laufen? Ah, muss. Wo auch nicht? Ja, wo geht raus? Am besten. Oh Gott, nein. Nein, nein. Was ist das hier? Was ist bloß passiert? Jetzt rufen er zu den Focken. Jetzt musst du E drücken, um Focken zu benutzen, genau. Fast ein Anzimmer dort. Ja, genau. Uh, Achtung! Machst du das Gefühl? Nein, er muss mich hören. Wie? Nein. Ah, versuch mal das Holz anzuzünden. Ah, nein, du kannst dich durchschlagen. Oh, verdammt. Ah, hast du gesehen? Jetzt kannst du die Facken wieder anzuzünden. Hey. Du bist zum Feuer legen, ja? Ja, genau. Nein. Erst kannst du dir das Fass dort anzuzünden oder so. Oben an dir. Linken, rechts. Rechts, rechts, rechts. Rechts, rechts, rechts. Ja, 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 da. Rechts, mehr rechts. Hä? Da, ja. Äh. Da? Nein, noch mehr rechts. Da ist irgendetwas gewesen vorher. Da oben. Ja, da oben. Ah, nein. Dort, dort siehst du es fast? Ah, da? Ja. Ich versuche irgendwie anzuzünden. Oh nein, geht auch nicht. Vorher ist mit Leertasten etwas gewesen. Nein, geht auch nicht. Vorher war mit Leertasten etwas. Da auch nicht. Schau mal, links dort. Ah, ja, da hat sie so eine Treppe. Siehst du? Nein. 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 Hinter dir. Ja, da. Auf der rechten. So, dass du vielleicht da oben kumpeln kannst. Ah, ja, schau jetzt. Jetzt musst du wieder das anzuzünden. Ui. Oh, jetzt bist du oben gefällig. Oh, jetzt brennt es rüber. Rechts, rechts, rechts. Ja. Schau jetzt brennt es hinten alles. Ui. Denk, das explodiert. Jetzt kannst du nicht rüber und dort wieder rauf und unterkleben. Oh, hinter dir. Oh. Links, rechts, links, rechts. Was das sag ich? Komm zurück. Komm zurück. Ich will dir nur helfen. Komm zurück. Ich will dir doch nur helfen. Hm. Komm zurück. Komm zurück. Ich will dir nur helfen. Komm zurück. Hm. Also, der Spiel ist schon echt geil. Fängt schon hardcore an. Oh, ich bin schon wieder. Oh. Geblut. Ich muss schnell hier raus. Ich muss schnell hier raus. Ah, hier links geht es gleich weiter. Wir haben Feuer. Was ist das denn? Wir können dich auch anziehen. Das kannst du auch anziehen. Siehst du das Zeichen? Einflammen. Anziehen. Du kannst jetzt die Fakke drinnen machen. Hä? Hm? Irgendetwas kannst du wahrscheinlich mit dem Ding da hinten machen. Ja, genau da. Das Teiler da siehst. Was ist da? Das viereckige. Ich habe das Gefühl schon. Was denn da? Ich weiss nichts. Aber schau, da kann ich anziehen und dann fahrt du wahrscheinlich los. Anziehen und nachher schnell reingehen. Reinkommen. Auf dieser Seite, ja. Jetzt brennt es gar nicht mehr. Versuche es nochmal anzuziehen von da oben. Was von da oben? Das Ding von da unten. Hinter dir. Ja genau, dort unten. Das anzuziehen, ja genau. Ah, ich glaube, er geht. Oh Gott. Jetzt auch mal weg, ja. Ja genau, und jetzt... Versuche es auch mal anzuziehen, da. Wie geht's? Oh. Oh. Ah, gute Frage. Vielleicht von da jetzt über den Bumpen? Oh, Achtung! Das passiert irgendwie noch nichts. Nein, das geht nicht. Du musst in irgendeinem irgendwas anderes machen. Mach mal die Kuh. Du siehst, wo du durch musst. Du siehst. Also da unten hat es noch irgendwas. Du kannst die Fässer anzünden. Aha! Schau, die Fässer mal in die Luft, die da kommen. Kann ich das mal anzünden, da? Erst wenn es E steht. Ja genau. Ja, E! Ja, E! Ich muss jetzt, wenn es sterbt. Ja, E! 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 Ich find etwas passieren, hab ich das Gefühl. Ne, warum geht das nicht kaputt? Ne. Ah, vielleicht wann jetzt da übergummsch. Da oben? Ja Ja Ah, schau jetzt, schau jetzt Oh geil Jetzt kannst du nochmal schupfen Aussteigen Ja Und hier oben nochmal schupfen Jetzt hat das Gewicht drin Ja Ja, schau jetzt Ui Es ist so einfach Oh, ach du Fracht Wir müssen übersteigen Hehehe Hehehe Ja, wir finden Ganz, ganz wenig Ui 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 Au! Ich fuhre schnell, bis ich platt bin. Ja, Promenadeus. Links, rechts und nachher F! Links, rechts, links, rechts und F! F! Bam! Schon wieder. Es geht viel schneller. Ja. Ja, man muss, glaube ich, rechts studieren. Das ist nicht gut. Nicht gut, easy. Weser von normal. Du hast Zeit. Jetzt, warte, warte. Links, rechts, links, rechts. F! Genau. Das schon, glaube ich. Ah! Die Wand kommen immer näher. Ja, sie lechtern. Hallo! Plötzlich, da krieg man müde. Links, 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 rechts. Krass! Ui! Na, You´reежru. Wagach! Eine Wandke! Jobus, Floyd! Blöcht ist das? Oh, anch!! Alle liegen links, links! 落ta ich fest. Rot, geroll. Sever. Hahaha Hahaha Gar nicht Gott Rumpf Hallo Hey Alles klar, Crady Jo, alles super Schalzen und so Ja, meine Freundin hat noch den Spielt über meinen Mic Und ich bin an einem Headset und das ist im gleichen Raum, deshalb halt's ein bisschen Ja, mein Herz Haha Wir sind ein bisschen Tom Brady am Spiel, also Mousy Tom Brady Tom Brady Was machst du Crady? Ja, ich guck hier ein bisschen zu, Ben Wir streame, also ich streame Nein, Tom Brady Genau Kann ich mich auch schon? Ja Haben wir so weit weg? Haben wir so weit weg? Ja Ja Ganz geil Ja Und die Grafik Finger abziehen Okay Kann ich auch mal reingucken, Chris Auf meinen Stream Mach ich gerade Hallo Okay So, das war's vom ersten Teil Tom Brady mit meinem Mousy Lasst doch eine Bewertung für das Video da Also gebt ihm einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat Und ja, ich hoffe natürlich, ihr guckt auch die nächsten Parts Würde mich natürlich auf jeden Fall freuen Dann haut rein und bis zum nächsten Teil Ciao Ciao